Herzlich Willkommen bei uns am YouTube-Kanal der Akademie Spiritual Healing. Ich bin der Ischa Jaklic, ich bin Spezialist für DCM, mache diesen Beruf und diese Berufung schon über 22 Jahre lang und mache das in Österreich hauptsächlich, also in die Hauptpraxis habe ich in Graz, bin aber auch in Klagenfurt und in Wien tätig und hin und wieder in Deutschland und in der Schweiz. Ich freue mich, dass du da bist und heute geht es um das Thema Winter in der DCM und über die Körperlichkeit. Wenn wir in der DCM vom Winter sprechen, sprechen wir vom Element Wasser. Zum Element Wasser gehört die Nere und die Blase und der ganze Funktionskreislauf dazu. Im Winter in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz, Südtirol, sagen wir mal, sprechen wir von einem kalten Klima, oft kaltfeuchtes Klima, das natürlich mit uns, mit unserer Natur, mit uns als Menschen was macht, und mit unserem Körper was macht. Wenn wir uns richtig ernähren, richtig heißt konstitutionell für uns das Richtige nehmen, täglich das Richtige zuführen, dann haben wir mit der Kälte des Winters kein Problem. Wenn aber wir schon Problematiken haben im Winter, eben durch die Kälte, Schwäche, Müdigkeit, Schlafmangel und andere Problematiken, die mit diesem Wasserelement zusammenhängen, dann müssen wir unbedingt etwas tun, damit es uns besser geht. Dazu möchte ich dir gerne Tipps und Tricks geben, die mit der Ernährung zusammenhängen, aber generell auch, wie kannst du vielleicht anders kochen, was kannst du verwenden in der Küche, das die Nieren stärkt, wie kannst der Tagesablauf ausschauen und andere Tipps zur Stärkung und zum Wohlwollen der Nieren. Gehen wir jetzt einmal an, so generell die Nierenkraft. Wenn wir jetzt einmal die Nieren generell einfach betrachten, dann sind drei Sachen sehr, sehr wichtig. Das eine ist, die Geschmäcker zu wissen, Niere gehört zum Geschmack salzig. Der salzige Geschmack ist total okay, wie alle Geschmacksorten oder Richtungen. Wenn ich aber schon Nierenproblematiken habe, wenig Salz verwenden, wenig Fertigprodukte verwenden, wo viel Salz dabei ist. Oder Speckwaren, Wurstwaren oder solche Sachen, die geböckelt sind. Die andere Ebene ist der Süße, der süße Geschmack. Der süße Geschmack oder das Element Erde kontrolliert die Nieren. Wenn ich zu viel Süß zu mir nehme, mache ich das oder habe ich ein Problem sozusagen mit den Nieren und mit der Nierenkraft. Oder der Geschmack bitter. Wenn ich zu viel bittere Sachen zu mir nehme, leite ich die Kraft der Nieren aus, die ich aber im Winter brauche, damit ich stark bin, damit ich mich erholen kann, damit die Kräfte gut verwurzelt sind und dass ich einfach wirklich eine Wärme im Körper habe und eine Energie verspüre in mir. Das wären die Geschmäcker. Tätigkeitsbereiche, wenn ich lang stehe, wenig schlafe, schwäche meine Nieren. Lang stehen heißt, wenn ich Arbeiten verrichte, wie in einer Fabrik oder wo ich immer stehen muss oder als Verkäuferin, wo immer auf den Füßen bin und auf den Beinen stehe, dann schwächt das auf Dauer meine Nierenkraft. Als Ausgleich dazu einfach Bewegung in der frischen Luft, in der Natur, Erdungsübungen, Atemübungen, vielleicht sogar Yoga und vor allem liegen, außen machen, hinlegen, viel schlafen, schlafen vor Mitternacht. Wenn wir in der TCM von den Nieren sprechen, meinen wir das Wasserelement, die Nieren und die Blasen. Schmerzen in Bezug zu diesem Element können jetzt einmal Schmerzen sein, die sehr tief in die Ebenen der Knochen reingehen. Also das heißt, das sind Schmerzen, die ich vielleicht schon länger habe, die rheumatisch sind, die in die Gelenke gehen, in die Knochen-Ebene gehen und die wirklich so tief reinmarschieren und man hat das Gefühl, ich kann mich anziehen, ich kann machen, was ich will, es hilft nichts. Das sind schon einmal wirklich schon Schmerzen, die richtig, richtig in die Tiefe reinmarschieren. Wie marschiert das rein, sozusagen diese Ebene? Immer in Bezug mit der Kälte, mit Energiemangel, mit Qi-Mangel spricht man da, die Durchblutung ist schon schwächer, die Kraft fehlt schon und solche Sachen. Man ist vielleicht schon ein bisschen ausgebrannt, ich kann immer gut schlafen und so und und. Das heißt, wenn wir uns gut ernähren, jetzt kommen wir zu der Ernährung, dann können wir diese Fehler ausmerzen, man kann die Reserven, die Tanks auffüllen und die Kraft wieder stärken. Wie macht man das? Wichtig zu wissen, es gibt so wieder mehrere Ebenen, aber eine Ebene ist zu unterscheiden. Bin ich jetzt ein Fleischesser oder bin ich jemand, der sich eher vegetarisch oder vegan ernährt oder sehr wenig Fleisch isst? Das ist ein Riesenunterschied, wieso. Die richtigen Fleischesser nehmen viel Fleisch zu sich, jausnen viel, trinken viel Alkohol. Ich meine, in der Kombination Salzig und Fleisch trinken die Menschen auch mehr Alkohol. Wenn das so ist, haben diese Menschen keine Probleme im Winter, weil der ist eh immer warm und heiß. Sogar in der Peripherie, er hat warme Beine, er hat warme Füße, warme Finger, überhaupt kein Problem. Die Probleme fangen eher an bei veganen Menschen, die wenig Fleisch essen oder bei älteren Menschen, wo die Energie schon ein bisschen schwächer ist. Das Qi schwächer ist, die Zirkulation schwächer ist. Das heißt, für diese Personen ist es sehr, sehr wichtig, sich bei der Ernährung gut auszukennen. Unbedingt, wie man schon gehört hat, bittere Sachen meiden. Keinen grünen Tee, keinen schwarzen Tee im Winter und vor allem wenig Kaffee. Auch wenn ich einen Leberblutmangel habe oder eher blasse Hautfarbe habe, Eisenmangel habe, solche Sachen. Bitte keinen Kaffee. Wenig. Oder Getreide-Kaffee oder einen Joghurt-Tee trinken. Es ist ein Gewürzkräuter-Tee. Was kann man jetzt machen? Ich werde es immer jetzt so kombinieren, dass ihr wisst, die Ernährung generell, die Lebensmittel, die positiv sind für den Winter. Das Fleisch ist natürlich Fleisch. Das wäre jetzt Lammfleisch. Ganz ein hitziges Fleisch. Das ist Schaffleisch. Das ist Zinkfleisch. Das wäre auch Wildfleisch wie Hirsch oder Wildschwein. Auch Lachs oder Dummfisch ist eher ein warmerer Fisch. Wenn wir jetzt zum Getreide gehen, wäre das jetzt ein Getreide zum Beispiel wie der Hafer, sehr stärkend. Quinoa ist auch milzstärkend und nierenstärkend, leicht verdaulich. Die Gerste oder Rollgerste. Gerste ist auch wieder entspannt, ein bisschen mittelstärkend, verwurzelungsgebend, erklärend. Samen wie Sesam wäre super. Das schwarze Sesam stärkt noch mehr die Sinn der Niere. Aber auch Nüsse wie Walnüsse, wie Haselnüsse, wie Bienenkerne, wie vor allem Maroni oder eben Kastanien, gehören zu der Nieren stärkenden Ebene. Wurzelwerk beim Gemüse unbedingt verwenden. Das heißt auch Petersilwurzel, Karotten, Möhren, Bastinac, Lauch, Orre, Sellerie, Schwarzwurzel. Ganz, ganz wertvoll. Ebenso Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen gehören auch zu dieser Ernährung im Winter. Ganz eine tolle Geschichte. Veganer oder Vegetarier sollen auch mit Gewürzen mehr spielen und ein bisschen mehr warme und hitzige Gewürze ins Spiel bringen. Also das heißt, wie es Gedärmen gut sind, sind immer Fenchelkümmel, Anis, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Osranomalakümmel, Korianderkörner. Da kann man auch alles in die Pfeffermühle geben und dann mit dem Würzen. Das stärkt vor allem den unteren Erwärmer und die Dickdarm-Ebene. Was aber generell noch ein bisschen so das Feuer anhitzt oder anbappt, ist der Ingwer. Für den mittleren Erwärmer, also für den Magenbereich erwärmt, macht den Stau auf im Magen. Aber auch der Kardamom, aromatisch wäre auch jetzt Orangenschalen für einen Tee, in Kombination mit Ingwer, Kardamom und Orangenschalen zum Beispiel. Aber auch ein bisschen Chili, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Geigand, das sind scharfe Sachen. Auch ruhig Creme oder Meerrettich kann man verwenden. Einfach ein bisschen was Peppiges verwenden, um das Qi und die Energie und vor allem die Wärme in den Körper zu bringen. Alkohol zum Kochen, das heißt, ich nehme jetzt gern Rotwein für den Winter oder auch Wachold als Schnaps oder Gin kann man verwenden. Auch für Soßen, wie kann man das beim Kochen noch anders verwenden? Viel in den Ofen geben, also ins Backrohr geben. Viel, viel kochen, Eintöpfe, Aufläufe und immer warm, 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 warme Sachen essen. Das heißt, normale Ernährung, die Mischköstler sind, zwei bis dreimal warme Sachen, mindestens zweimal. Veganer, Vegetarier, mindestens dreimal bis fünfmal. Oder auch ältere Menschen, kleinere Kost, kleinere sozusagen Mengen, aber dafür öfters. Es ist wohl leichter zu verdauen. Also Suppen, Kraftsuppen, Brühen, können auch Knochensuppen sein, Rindsknochen, Kalbsknochensuppen oder Hühnerbrühen. Einfach sehr stärkend. Natürlich auch Gemüsebrühen, auch kein Problem. Es hat jetzt nicht so viel Wärme und so viel Kraft, dafür mit viel Kümmel und Schwarzkümmel und so weiter kochen. Was sollst du meiden? Meiden unbedingt Nahrungsmittel, die den Körper abkühlen und kalt machen. Dazu gehört Tomate, Gurke, Joghurt, Topfen, also Quark. Alle Teesorten, die jetzt abkühlen, wie Grün- und Schwarztee. Kaffee natürlich, Zitrusfrüchte, auch Banane, Orangen, auch Zitronen gehören dazu. Wenn, nur ein bisschen was verwenden. Also für den Geschmack, aber nicht auspressen. Mango, Papaya, einfach die ganzen Zitrusfrüchte, die nicht in diese Region gehören, die uns abkühlen und die eigentlich den Körper abkühlen und erfrischen. Gehören bei uns nicht in den Winter. Ganz wichtig. Wie könnte so ein Tagesablauf mit der Ernährung für einen starken Körper ausschauen? Du könntest zum Beispiel in der Früh ein Boric machen, wieder warme Kost. Du könntest eine Suppe essen. Du könntest eine Suppe essen und zum Beispiel den Auflauf, den es abends gegeben hat oder den Eintopf noch mal fertig essen oder weg essen. Du könntest aber genauso jetzt Haferflocken hernehmen und die anlinden, ein bisschen anbraten, also anrösten und mit Nüssen, mit Walnüssen, mit Bienenkernen anrösten oder Mandelblätter. Du gießt die ganze Geschichte dann mit Hafermilch auf oder mit Wasser und gibst Früchte rein. Da können jetzt Trockenfrüchte dabei sein, wie Datteln oder Feigen oder Aprikosen oder du nimmst Beeren oder einfach Apfel oder Birnen. Ich nehme gerne Äpfel dazu. Die reibe ich rein oder ich schneide sie klein auf und gebe dann noch den Deckel rauf, damit es ein bisschen gedünstet wird. Und gebe dann noch ein bisschen Zimt, gemahlenen Melken oder Kardamon dazu, um ein bisschen einen besseren Geschmack reinzubringen, der Wärme reinzubringen. Das wäre zum Beispiel ein feines Frühstück. Ich kann aber dieses Frühstück genauso mit Gerste machen. Ich kann das auch mit der Hirse machen. Das habe ich auch total gern. Was wäre noch möglich? Du kannst es auch bekannt machen, dass du sagst, du nimmst die Gerste oder die Hirse her, die schon fertig ist und du gibst zum Beispiel Gemüse dazu. Oder du isst in der Früh einfach ein Brot, du tostest das Brot und isst einfach normal mit Butter, oder was dir einfach schmeckt. Also das wäre jetzt kein Problem. Zum Mittag unbedingt eine Suppe. Salate ja, für die Menschen, die eben nicht mit der Kälte leiden. Für Menschen, denen es schon kalt ist, Rohkost so gut wie möglich meiden. Auch Salat. Wenig grüner Salat, wenig Blattsalat, vielleicht ein bisschen Rucola raufgeben, aber sonst eher gekochten Salat verwenden, wie rote Rübensalat, Linsensalat, Bohnensalat, gekochte Karotten, Kaffiol, Brokkoli, solche Sachen, also Blumenkohl, wäre möglich. Wie schaut das Mittagessen weiter aus? Auflauf oder einen Eintopf oder einfach was abbraten, Fleisch, Fisch mit Gemüse, mit Kohlenhydrate. Kein Problem. Im Bereich des Abends oder zum Abendessen eher leichte Kost. Wenn du aber erst abends heimkommst und sagst, jetzt brauche ich was zu essen, ich habe vielleicht wenig Mittagessen, dann immer einen Eintopf, eine Suppe, immer was Wärmendes nehmen. Lass vielleicht die Jausenerei, also das Brotessen und den Speck und die kalten Sachen eher weg. Und schau, dass du dir vielleicht einmal ein Omelette machst, dass du einmal dir Fisch abbratest mit Gemüse oder ein Fleisch machst, wäre alles kein Problem. Auch Spiegelei oder irgendwas. Also das heißt, Eiweiße wäre zum Abendessen einfach leichter oder schneller verdaulich, wenn es nicht zu spät ist. Also wenn ich das um 17, 18 Uhr ist, wäre es okay. Wenn du jetzt erst um 22 Uhr isst, vielleicht dann eher bei einer Suppe bleiben oder vielleicht ein Eintopf, Quinoa-Auflauf, Hirseleibchen würde auch noch gehen. Einfach was leicht verdaulicheres. So, das wäre es jetzt in puncto der Ernährung. Also da hast du hoffentlich viele Tipps und auch Tricks jetzt bekommen. Ich möchte noch gerne ein bisschen was zu den Schmerzen sagen. Im Funktionskreislauf, Niere und Blase gehören natürlich die Extremitäten, die Beine, der untere Lendenwirbelbereich oder der Rückenbereich, vor allem auch die Knie. Jetzt gehen wir einmal zu den Knieschmerzen. Wenn man Knieschmerzen hat, hängt das oft mit der Ebene der Versorgung der Beine zusammen. Die Nierenkraft ist schwach oder schwächer. Die Wärme geht jemandem ab. Ich habe zu wenig wärmende Kräfte in mir, vor allem bei den Nieren. Und dann staut sich in den Knien, oft von hinten beginnend. Das heißt, es drückt sozusagen, oder ich habe einen Schmerz, der von hinten auf die Kniescheibe drückt, hängt dann oft mit dem Blasenmeridian zusammen, auch in der Kombination mit Wadenkrämpfen. Also da unbedingt einen Schwarzkümmel zum Beispiel nehmen. Für die Nieren, das Jank der Nieren stärken, das haben wir jetzt schon gesagt, also mit Lammfleisch, mit Lauch, mit Schnittlauch, mit Schwarzkümmelöl. Solche Sachen verwenden oft Eintöpfe und Suppen. Es kann aber auch mit dem Gelenk zusammenhängen, also mit der Schmieren, mit dem Schmierstoff. Da braucht man eher gute Öle, wie Sesamöl, wie auch Olivenöl ein gutes, Schwarzkümmelöl. Auch Leinöl ist okay. Also auch das in die Küche einbauen. Die Schmerzen sind dann eher tiefgehend, hängt mit Kälte zusammen, und das heißt, eine Wärme tut immer gut. Am besten eine Wärmeflasche, wenn die Zunge eher schmal ist. Bei breiten Zungen ist die Feuchtigkeit im Körper schon gestaut. Das heißt, da müssen wir eher die Feuchtigkeit minimieren. Auch da keine Wärmeflasche verwenden, sondern eher Kirschkönsäcke. Einfach trocknen, trocknen, trocknen. Hin und wieder in die Sauna gehen, solche Sachen. Okay. Wichtig ist die Bewegung. Bewegung, trotzdem in die Natur gehen, fest anziehen. Man muss ja nicht zu lange draußen sein, aber frische Luft tut gut, Bewegung tut gut, Atmung tut gut, den Bauch atmen, Verwurzelungsgeschichten, Erdungssachen, Meditationen. Schau dir vielleicht auf unserem YouTube-Kanal auch die Meditationen an, damit du mehr und mehr in die Ruhe kommst, deine Kräfte aufbauen kannst und auch aufdanken kannst. Gönn dir viele Pausen, geh früher schlafen, fahr in den Urlaub, mach einmal Pause ein, zwei Tage, oder verlängertes Wochenende. Schau gut auf dich, damit die Tanks, die Reserven aufgebaut werden über den Winter, und damit du mit neuem Elan, mit stärkender Kraft, mit Zuversicht in den Frühling gehen kannst. Ich wünsche dir alles Gute, danke für deine Aufmerksamkeit, danke fürs Dabeisein. Wenn du dich für die DCM mehr interessierst, kannst du auch unter www.seminar-dcm.com nachschauen. Da gibt es die energetische Hausapotheke, über 10 Stunden Videomaterial mit vielen, vielen, vielen Tipps, mit der Zungenanalyse, mit Akupunkturpunkten und Meridianen, mit jahrenden Übungen, mit den Schmerzen lindern, mit ganz vielen anderen Tipps und Tricks aus der DCM für dich zu Hause. Es gibt auch andere Videos, schau dir um, und es freut mich, dass du da warst. Alles Gute, Tschüss, Ciao, dein Ischaya Klitsch. Vielen Dank. Vielen Dank.